Ja, Halli-Hallo-Halllöchen, ein All-Pick und ich werde mich als Phantom Assassin versuchen, um 900 Schaden mit einem Angriff anzurichten. Hoffe ich zumindest. Ach, Mann. Am liebsten würde ich das jetzt schon auswählen. Aber, naja. Nur noch 8 Kills und 90 Lost Hits, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir wären dann soweit das Ganze zu gewinnen. Vielleicht nicht, aber... Was? Nein. Was erzähle ich da? Was meine ich da? Ne, wenn wir das haben, sind wir schon recht nah an... Sollte nicht allzu schwierig sein. Genau, das hatte ich mir schon gedacht. Was sagt der Guide noch? Der ist dick. Aber ich habe ja kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr. Achso, kostet ja nur 300. Hier so ein Skin wäre bestimmt auch ganz nice. Hier mal dieser... Standard. Na ja. Ich gehöre zu den Level 20. Leute, beim... Battle Pass. Wunderbar. Oh Gott, eben habe ich ja... 200 gewonnen, ne? Ja. Wir sind jetzt in der Part, wo alles übernimmt und übernimmt. Ich bin nur ein Schäden. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte eigentlich sagen, ich gehe auf die... Safe Lane. Was ist das denn hier? Ich gehe hier zum Beispiel. Aus welchen kannst du den kannst? Und von den Medikasthergegnern keine Gegnerstellen in der Nähe sind. Aha. Das heißt, wenn ich... Eine Welle-Pusche? Was ist das denn? Leckomio, was ist das denn? Wieso habe ich eigentlich ein Wort? Na ja, 72 Damage. Grundsätzlich ja schon mal schlecht. Invoker. Das könnte interessant werden. Der wird mich dafür hassen. Der hat erstmal recht. Ups, da hat er den Knight. Junge Junge. Wer ist das? Sniper, Tatsache. Total... Fail eigentlich. Scheiße. Ja. Ja. Vorsichtiger sein. Oh Gott. Wer wäre denn hier als... Das ist natürlich... Sobald der seine Ulti hat, habe ich dann in dem Moment ein Problem. In dem Moment habe ich dann definitiv ein Problem, weil er dann nämlich einfach ranzieht mit meinem Weg in den Leben. Zack, zack. Und tot würde ich mal sagen. Ähm. In I go. Oh. Attack. Hm. Oh, quick strike. Scheiße. Sie gehen dann zu zweit auf einen los, der wenig Leben hat. Haben sie ja recht mit. Sehen dann... Verfolgt meine Schüttel. Gefällt meine Blah. Ich habe das geklappt. Regeneration. Sneaky. Was sind ein? Unwoker. Was machst du? Ah, ich weiß, dass ich da hinten dran bist. Oh, scheiße, im Ernst? Das ist wirklich... Optimal ist anders. Who cares? So. Jetzt ist Waiver tot. Wenn ich ihn jetzt nochmal sehen würde, ich würde drauf tippen, dass ich da eher nicht in den Weg stellt. Oh ja, nein. Waiver ist... ...noch irgendwo. Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Okay. Scheiße. Scheiße. Okay, das war knapp. Gott, Junge, 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 Junge. Hm. Tja. Einmal sterben reicht für den Anfang. Definitiv. Deswegen... Oh. Okay. Sniper, pass auf. Muss nicht sein, dass du wieder... Oh, shit. Wo bin ich? Wo ist Waiver? Oh, verdammt nochmal ist Waiver. Sag mir, dass er hier geblieben ist. In the blink of an eye. Scheiße. Boah. Im Ernst? Wieso? Oh. Fuck. Wieso krieg ich das gerade nicht hin? Wieso krieg ich das gerade nicht hin? Erst Deutsch, dann teleportieren. Hätte ich ihn killen können. Oh, das ist immer so. Warte, wird das... Ist das gerade aufgepoppt? Oder ist das nur gerade irgendwie... Dann wäre ich ja jetzt auf der Minikarte der anderen zu sehen. Hä? Ach, das ist verschwunden und darum habe ich... Alles klar. Ja. Ach. Ah. Ja. Ach. Oh, scheiße. Was soll das denn? Man kann ja eine Illusion von mir erstellen. Wasserkopien. Ich bin aber ein Schädel. Sehr gut. Hm. Ah, nein, 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 nein. Hm. Ja, scheiße. Mann, Mann, Mann. Stopp! Stopp! It's all coming back into focus. It's already too late. In the blink of an eye. Scheiße, Mann. Haben die nicht einmal immer eingeküllt? Where falls my shadow? Fails my blade. Mist. Mein Gott, ich habe auf den Kram keinen Bock. Level 5. Verdammt. Zu unvorsichtig, aber ich habe auch so komische Scheißgegner. Oh, yes. Dang it. Cherry Web. Yes. Sanctitiously. Enemies bottom tower has fallen. Enemies are ravaging your middle tower and it's a beautiful day. Wer ist das? Scheiße. Warum ist das? Ah. Ah, scheiße. Weißt du, da läuft sie hier rum, bis bei Levels, bei Minimal 11, und nicht auf Level 6. Einfach, weil irgendwo was scheiße läuft. Scheißidee, mit Sniper auf eine Länge zu gehen. Richtig scheißidee. Ach, das ist ja schon... Der Broker ist zwar schon Level 10, davon hat er aber auch einige Tode unsererseits nicht aufgenommen. Oder er ist nicht unterstützt. Ja. Ja. Ah, ich könnte auch zu meinen eigenen Creeps mich setzen. Ist ja klar. Irgendwie ist das schon klar, ja. Ach, Mist. Definitiv Lebensraub. Weil ich die Maske zuerst haben will. Schien. 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 Ist nicht wirklich den Falschen angepeilt. Ah, fünfmal gestorben. So ein Käse. Und Wavers am Puschen. Kacke. Die Rune wird sich auch schon jemand... Ne, doch nicht. Da hätte ich jetzt ziemlich fest mit gerechnet. So, Waver Level 8. Ich brauche Level 7. Noch nicht stark genug. So, Waver könnte jetzt natürlich unsichtbar sein. Ich würde eigentlich gerne Worts dastehen. Mist. Wer auch immer hier in der Nähe ist. Der ist aber nichts bekommen. Ah, mein Auto, ey. Im Ernst? Das ist ein Neffing-Vernie. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr sehen. Mann, oh Mann. Irgendwie bräuchten wir mal was, was uns davon hilft, nicht so oft zu sterben. Weiß ich auch nicht. Ach, der hat eine Kopie. Was ist der Falsche? Können wir so... Max. Wir brauchen Worte. Hm. Nice. Moment. Mhm. Äh. Äh, ich nehme mal an, meins damit, dass man sich das kaufen kann. Ja, das ist mir durchaus schon klar, Last Hitten zu werden, um Geld zu bekommen, um mehr an Dings zu haben. Äh, ja. Okay, Scherzer, Scherzer, Scherzer. Hm. Hm. A vicious double sling. A dominant performance. Pick them up. Oh, my, oh, my, oh. Ah, Gott, nee. Back from the shadows. So. Hm, da mal sehen. Moving quickly. Very well. Gott, ich kaufe mir das mal ein bisschen hier. Quick strike. Ah, wenn du dich auf die Qualität beziehst, äh. Oh, nee, Rupert. Ah, alles klar. Ähm. Ja. Ich, äh, laste das Ganze hier ziemlich gut aus bei mir. Wenn jetzt nur jemand anderes noch im Internet wäre, hätte ich schon wieder Probleme. Höhle. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Lieber die Lebenspunkte, auch wenn ich Schaden als Ziel habe. bevor ich da irgendwie... Wer ist denn hier? Der Obermakadu, ist das? Oder auch nicht. Okay, nein, so weit bin ich noch nicht. Scheiße. Alles klar. Mist. Und... Was denn? was ist denn hier mit der ist wahrscheinlich raus okay also Lark, Lark, Mama kenne ich nicht und wenn du meine Gesichter halten gerade meinst es ist das zweite mal dass ich mit Phantom Assassin spiele deswegen ein APM Tracker, was ist denn das jetzt wieder APM, APM irgendwas per minute, ATTACK, achso ATTACK PER MINUTE, ist das denn mit gemeint ACTION PER MINUTE, was ist denn das dann Zauber Zauber oder Angriffe, ja nicht ACTIONS ANGRIPF ich habe die Frage, welche ACTIONS ANGRIPFE sind ja auch, naja ja wüsste ich gar nicht, wie ist so ein Tracker da ja, wir haben jetzt alles zusammen und auf ich werde dich mal vorher machen ich werde dich mal vorher machen sie sehen mich nicht ja, ich mit dem Skill, da habe ich es manchmal noch nicht so raus das stimmt schon ich nicht mehr immer noch was ich weiß, das hat jetzt nur Abklingzeiten, ne ja, eigentlich nicht so tragisch, wenn man es am Anfang nicht macht ah, verdammt ah, verdammt hm, hm, hm hm, hm, hm eh, zwar mit der... so So... Oh, so... Wie geht es denn? Ich bin ein Schäuer. Wieso? Wie gesagt... Wie gesagt, das erste Mal, dass ich... ...Fantmester sind tatsächlich... Äh... Ja, das zweite Mal, dass ich Fantmester nicht spiele, deswegen ist das ein bisschen... Nein, nein. Bisschen holprig. Figuren, die kann ich besser spielen. Naja... Ist momentan aber... Ähm... Ja, zweckt die nicht, sagen wir mal so. Oh, mein Shield... Genau... Schaden tut es immer nach Glocken. Oh... Was? Wieso ist der... Was? Ich weiß nicht, meiner... Ah... Okay... Oh, schade... Machen wir leider nicht... Malwärter. Nicht... Weinen nicht... So... Und... Hoffentlich komme ich noch irgendwie auf meinen Damage. Wohin nicht... Scheinfresser. Oh. Schön. Mein Last Hit. Das ist doch mal gut. Mhm. Ach, Dengel. Jetzt hätte ich ihn gerade, aber da ist er wieder zurückgelaufen. Oh ja, wird stoppt ja. Wunderbar. Ähm. Oh. Schade. Wo ist es? Da-da-da. Da-da. Ah, ich bräuchte einfach mehr Geld. Ich würde sagen, ich bin im Level. Ja, war klar. Gut, stoppt was nach hinten dran. Naja. Ich würde eigentlich lange mal hier verkaufen. Dann borte ich mich zum Top Tower. So leg da ein bisschen was. Hoffentlich. Da will man mal besser werden, aber... Dafür... Was? Achso, der war noch da hinten. Oh, yes. Ja, man hat ja noch andere Dinge zu tun. Ich meine, ich bin jetzt schon mit der Recht. Viel... Oh, scheiße. Ähm. Dann recht viel Total, aber... Ach, jetzt habe ich Rüstungsrelizierung. Hm. So ein Mist. Das würde mein Leben leichter machen. Ja, wenn, dann... Das macht er sich ein bisschen wieder runter. Nicht wahr, aber klar. Ja. Oh, Mann. In I go. So. Ja. Ich nehme einfach meinen Farm weg. Erstmal muss ich ja erstmal alle... Ich muss ja erstmal alle Figuren richtig kennenlernen. Ich habe immer noch nicht alle gespielt. Von daher. Okay. Wo sind sie hier? Ah, doch. Okay. Gleichzeitig haben wir auch sichtbar. Wunderbar. Wow. Wunderbar. Oh, Moment. So kann ich das hier nicht zerlegen? Muss ich wahrscheinlich wieder... irgendwo an einem Laden sein. Dass ich das zerlegen kann. Yes. Hm. Ein Wauker hat sich zerlegt. Wunderbar. Wunderbar. Äh. Hätte nur... Ah, komm schon. Und... Wo haben wir noch hier? Halt ja, was halt nicht schnell ist. So, was ist krass. Da ist Waver, tatsächlich. Wo ist er? Muss doch irgendwo hier sein. Ach, der taucht gleich wieder drauf. Da ist er. Schöne. Oh, Mann. Da hat er das schon nicht. Wunderbar. Wunderbar. Ach, das ist mal okay. Du kannst noch was in Wolfgang abschauen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wenn man es wirklich durchziehen wollen würde, dann äh, wenn ich das jetzt unter 35 bin, dann können wir nämlich doch mal anrufen. Der Ruf. So, okay. Der Hex ist da gerade in der Fließe. Ich bin natürlich drauf. Wo steht er denn zwischen den Towern? So. Nicht schlecht, jetzt steht er schon die ganze Zeit alleine und haut die weg. Klar, wäre ich da geblieben. Das ist besser ausgegangen, aber ich hätte meine Fähigkeit, äh, oder mein Ziel nicht erfüllen können. Ähm. Ach Gott. Ich hab hier noch meinen Schuh. Dann komm schon. 900. So. Gut, hier unten die noch. So, warte denn. Okay, da war dann. Handgriffstempo. Wunderbar. Das hilft mir auch. Hab's gut weiter. Wunderbar. Höh. Höh. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich ja immer noch sagen, dann könnte ich noch ein Echo-Subber holen. Vielleicht kriege ich es ja jetzt schon hin Stimmt, ich muss ja nur über 900 kommen 900 Damage Ah, dann nicht Kann schon Nein, 888 Im Ernst? Im Ernst? Ich habe es noch nicht Schade Oh, wer ist da? Wainter ist da Jetzt ist er weg Nicht mal wetten Nein Nein Scheiße Jetzt geht es langsam So langsam Langsam, langsam Wunderbar Das ist günstiger als Desolator Also, nee, als Ah, shit, wie heißt er da? Irgendwo hier, der da ist, genau Oh, ich habe ja meine Aufgabe erfüllt Oh, ich habe ja meine Aufgabe erfüllt Oh, ich habe ja meine Aufgabe erfüllt Kombinierte Power Ähm, das ist dann doch irgendwie Was ist denn da seine Kopie? Sniper Ah, oh, nee, das sind zwei Das ist, äh Das ist in das Grün Christopher Mayer Oh, nee Maiden und Weaver Muss nicht unbedingt sein Einfach festhalten Und dann Wir haben es einen ganzen Mieswiesenkleine Attacken da Oh, nee, das ist das Oh, nee Sniper Die sind ja noch Oh, nee Oh, nee Oh, nee Oh, nee Oh, nee Oh, nee Scheiße Wer ist sowas von hier? Ärgerlich Aber wir werden gewinnen Ich habe meine Aufgabe erfüllt Das ist die Hauptsache Ach man Wenn ich am Anfang noch nicht so oft gestorben wäre Dann könnte ich jetzt auch Erkills machen Naja Naja Das ist jetzt natürlich ein bisschen Heftig hier Vier Gegner auf einmal Nur zwei Verteidiger Die müssen ja was machen Ich stehe mal endlich Ex-Double-Kill Alles klar Den kriegen wir auch noch So Wer hat's Two-Side aufgehoben Naja Wollen wir nochmal sehen Äh Arbeite ich mich schnell mal hier quer rüber Hm Okay Jetzt wird Ex erstmal Noch gefährlicher für die anderen Hm So Witch-Dog-Dormant-Hatest Alles klar So Okay Naja Naja Vielleicht sollte ich noch mit vorne stehen Aber da ja kein anderer Dass man den Puschen übernehmen will Was uns natürlich hilft Bestimmt einigen Mit Battle Pass auch Oh Ich könnte natürlich Naja Was ist hier eigentlich im Ich bin ein bisschen Zeitschwer Oder was Bereits Ach Zeitschwer Okay Ich bin eigentlich Tadaa Das könnte ich natürlich vorne nicht mitmachen Aber Naja Wow Wollen schon alle sind erledigt Ja Nahezu alle Ich bin schon mal ein bisschen vereilen Bei den Sparks helfen So Das ist ja Hm Nein Was sind das denn überhaupt Ach Das ist eben Ein Woker Der kann ja Alles klar Naja Wenigstens habe ich gewonnen Ich bin ein bisschen gekillt Oder so Aber Was hat er denn Versuchen sie Versuchen sie Nachdem sie aus der Unsichtbarkeit Ja Nachdem sie die Unsichtbarkeit verlassen Ja Gebt euch mal gegenseitig Nein Da hatte ich aber keine Mühe geben Fünfzehn Stück nur Hm So Jetzt wüsste ich eigentlich noch Diverse Quests Erledigt haben Ähm Ähm Oh Anderer Hintergrund Ach Jetzt fehlen mir 50 bis zum nächsten Level Wie sieht es eigentlich aus Ah Ein Kill hätte ich noch gebraucht Schade So Was haben wir hier Rauben sie insgesamt 6000 Lebenspunkte Von gegnerischen Helden Mit Quellen Von Lebensraub Das Boah Da muss ich Hm Interessant Jetzt kommen wir wieder in die machbaren Sachen rein Sechs Kills bevor man 15 Minuten erreicht Schon echt heftig Alleine zwei sind ja schon recht anstrengend Wenn man es wirklich fokussiert Steht man ja dabei auch Ähm Ausweichen Phantom Assassin Oder? Moment Ähm 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 Phantom Assassin Ist Durch den ich einfach verbessern ausweichen kann Also würde ich mal sagen Zaubern wäre auch ausgewichen oder? Hm Gucke ich gleich mal nach ob das stimmt Und dann ähm Gucken wir mal Inwieweit das jetzt Hm Zaubern ausweichen Wie weiche ich denn Zaubern aus? Ja mal gucken Vielleicht finde ich ja was Also sehen wir uns im nächsten Spiel Ciao